Ich will mich mal in Ruhe lassen. Oh, Alter. Maaann. Hi. Ich hasse diese Teile. Oh, natürlich. Regen. Oh, lass mich doch mal in Ruhe hier. Warum springt der denn nicht richtig, Mann? Ja, super. Nein, ich muss da noch rein. Oh, es muss... Ihr beide müsst reinkommen, sonst haben wir verloren. Ne. Wir sind raus. Ja, nur weil diese eine Beschissene uns immer was verbraucht hat da. Verenden. Red. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, mein Kroken. ja kommt da jetzt auch noch was oder jetzt wüpfelwirrwarr gott ist wieder mit rennen natürlich starte ich an den diesmal ganz außen alter ist das eine katastrophe ich werde hier von ein ding zum nächsten geschlagen hallo ich möchte nicht karussell fahren ihr kommt nicht mal runter das ist richtig hart hart am limit früchte kommen hier und geschossen so ist nur elf punkte du musst definitiv in ziel kommen und ein paar punkte haben das wollte ich doch nicht so wir haben verloren freu dich nicht stand parties Ja das hast du so oder so, alle tut da still, alles für die konzentriert gerade auf alles. Oh, wieder hinten, Mann. Ganz hinten, ey. Lass mich doch mal in Ruhe, du Brüder. Siehst du, das kommt... Nein! Scheiße. Hi, Yeta. Hi. Alter, die kommen alle gleichzeitig ins Ziel hier. 29 Punkte. 16 Punkte. Ich hab doch wie 4 oder so. Runde beendet. Aber wir sind qualifiziert. Hm. Na toll, die 3 hätte sie auch noch auswerfen können. Ja, irgendeiner ist da aber schon wieder rausgegangen anscheinend. Oh. Hier sitzt nicht. Nö. Oh, das hatten wir auch noch nicht. Partymeile. Uh. Partymeile. Party! Das mit dem Raum fand ich auch lustig. Okay. Also seh ich das richtig? Wir müssen auf jeden Fall durch die Rohre? Ich denke schon. Sehen wir gleich, wenn wir die Strecke sehen. Jipp. Alter. Okay. Alter. Okay. Alter. Ich denke schon. Danke. Hast du das, wenn die mich alle wegdrängen, ne? Ja. Jupp. 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 Je. Punkte. Ich war so gut ey. Und dann kommt diese Scheiß. Runde beendet? Wie? Mö? Wö? loser sieg wir sind aber trotzdem ausgeschüttet ich war noch am anfang oder war das ist relativ gut wenn sich da acht leute eindringen oder so dass ich da runter ja gut und das hast du bei jeder map das ist eine so wieso du schießt noch nicht bereit ich stand bei mir stand die ganze zeit bereit immer wie du sie hören auch andere sind echt andere nicht und dem ist eine dose wir sind einfach zu viele alter zehn punkte mein gott noch mal aber wieso qualifiziert der jesus gottesnam das war eine Lübe-Runde das war eine Lübe-Runde ja, ich war nicht egal war ich bestimmt wieder ganz langsam so konzentriert ne, der schläft hallo mach das mal ein Nickerchen ach, da bist du ja wieder da hat sich was aufgehangen ach so ich spreche die ganze Zeit mit euch und denke mir ja, keiner antwortet nein oh, der hat mich runtergedrängelt kenn ich ich komme nicht mehr über das erste Ding hierüber das ist so nicht dein Ernst oh meine Lehne ist runtergegangen deine Linie ist runtergegangen ja muss ich mir jetzt Gedanken machen ich bin deshalb voll voll an dem Geld gesprungen ich war statt 1 nein voll auf den Dütz nein, was machst du denn hinten eins auf oh 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 ja, ich gib mein Bestes aber ich bin noch hinten ja geiße Mann warum muss die Kammer sich denn immer umändern ja meine Fresse was ist denn das was ist denn das jetzt hier zu spät wir haben keine Konzentration mehr das sieht nicht an der Konzentration das sieht an diesen Böden anderen ja das ist ja jetzt auch die letzte Runde bin ich auch aus 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 doch ja doch so los eine Runde purer Spaß naja, im Moment ist das nicht äh, purer Spaß im Moment ist das eher mehr äh auch ne wir können jetzt eigentlich schon ein bisschen einfacher ich glaub ich geh schon mal raus ich mag ihn auf meinen bongos ich mag ihn nicht mehr 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 für all guys wir starten von alle woanders aber zumindest bin ich erst mal so weit gekommen so und dann geht's hoch nein nein ich bin schon wieder runter gefallen das ist mein passlevel erworben nicht nur deiner ich krieg hier nix hin nein kann ihm gesprungen ich gehe euch schon raus ich weiß nicht wie ich das hinkriegen soll nein du musst mit hechten immer am ende machen ja ich mein dieser nein nein du willst dich doch verarschen du altes drecks zugehen da kommen die spannenden sachen jetzt mit solos ich hab überhaupt nichts gemacht ich hab überhaupt nichts gemacht ich hab überhaupt nichts gemacht super hechte ich kann das nicht eh drücken eh drücken ja eh drücken wir haben kein hecht hier doch hier beide oh nein ich kann schon wieder nicht raus also ich hab ich bin noch drin also hier noch geißenlegenden alles gleich lieben das war diese folge wir sehen uns denn in den nächsten tschüss ho j Kap vou esonto 1 2 2 3 4